hallo ich habe heute mit rechner zu gucken wir mal rösten kanal der freundacht und verzeiht für ein kleines indie horrorspielchen heute spielen wir zusammen konfirmity ist mir die unity engine gemacht und sieht cool aus ich habe keine ahnung was es hier in dem spiel überhaupt geht aber wir laufen mal haben wir eine flashlight natürlich wirklich? ein haus ich lauf mal auf das haus zu sieht cool aus leute warum bewegt sich der schaukelstuhl? warum bewegt sich der schaukelstuhl so? hier pfeift aber durch erschließen mal die tür hab ich mich jetzt erstreckt? fliegenfänger? wie? ich kann die tür nicht mehr schließen warum ist die tür aufgegangen? kann ich crouchen? ich kann nichts tun bierdosen? ich schau mich da erstmal um ja ob man hier irgendwo was ein apfel ein apfel eine bierdose nein die bekannte bierdose das haus eines alkoholikers das haus eines alkoholikers das haus eines alkoholikers das haus eines alkoholikers ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen Prozess Prozess jetzt kann ich mich aber nicht bewegen das haus teils bist du cool du bist ja voll ja creepy ja und die tür kann ich leider nicht mehr zumachen springen kann ich nicht cool das ist creepy ja die tür da war die ihr rechts waren bad die tür vom bad ist zugegangen leute warum white bürben bist du bürben oder was hier kann ich mich zu untersuchen sag ich doch die tür war ja aber zu leute ich kacke mich gleich ein ja das ist ja wieder jacke pippie ah scheiße man sieht sich nicht im spiegel das war kein spiegelbild läuft die waschmaschine welche ist fertig warum läuft die waschmaschine und keiner star macht man nicht waschmaschine unbeaufsichtigt laufen zu lassen also dass man im haus ist oder so könnte immer was kaputt gehen und wasser austreten wir können aber zu machen aber sonst haben wir hier nicht oh sorry ich bin gespannt die schale kann man auch nicht anmachen es ist ja schon eine stehlampe bild vom bau kann ich nicht lesen jesus christ die leute ich mach mir gleich ein zöschen aber sowas wollen bilder familienbilder seit eine große familie zu sein zwei kinder oder vier kinder mann frau vier kinder oder die oma und der opa und zwei kinder mama papa oma opa und zwei kinder zwei buchen das scheint aber in älterer zeit zu spiel oder müssen das wachsen geworden wasser antropfen könnte man mal wieder reparieren das ist eine ganz komische atmosphäre das gefällt mir nicht warum liegt hier so was wird bei mir nicht passieren aber meistens ist die messer die man halt liebt und am besten sind ein kopfbecher leer oh wir haben einen schlüssel für zwei gedeckt wer ist sie eine tochter warum ist sie nicht auf dem bild card folgen pänk kürbis ist mein allerliebstes gemüse ist überhaupt ein gemüse Warum ist die nicht auf dem Foto drauf? Ich schau mal auf die Uhrzeit. Wir haben 20 nach 12. Warum ist hier so dunkel? Scheint ein Abstellraum zu sein. Oder ein Lager, sowas. Da scheint es hoch zu gehen, irgendwie. Komme ich da durch? So eine Art Vorratsraum. Wir gehen mal durch die Tür. Der Fernseher macht mir noch verrückt, Leute. Ihr seht, alles ist offen. Wir haben aufgemacht. Warum war hier verschlossen? Noch mehr Familienfotos? Jesus, Leute. Ich mag nicht mehr. Hier kann man nichts tun. Das ist crazy. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Hier komme ich nicht durch. Doki. Äh, wieso ziehe ich da hinten durch? Doki. Interessant. Warum? Scheint ein Bug zu sein. Graf. Glaublich. Nichts. Rennen kann ich nicht. Das könnt ihr euch schon mal abschminken, ne? Und hier ist nichts. Und hier ist nichts. Wir müssen da hoch. Und ich hab da ein ganz dummes Gefühl, Leute. Viele Familienbilder. Freunde, Bekannte, Verwandte. Wir haben eine Flashlight. Wir haben eine Flashlight. Das ist crazy. Er macht die Taschenlumber von alleine ab. Wer ist das? Wer ist das? Who is this? Leute, ich hab da irgendwie ein ganz dummes Gefühl. Das ist jetzt gleich hier. Was ist das in der Erinnerung? Memory. Puppen. Anziehpuppen. Da hat jemand, ähm, Kleider gemacht. Also so eine Art Näherin. Sunderwire Company. Schneider. Tubby's Wort wieder. Die Wii ist Truth. Und fernsielegt die Wahrheit. Jesus. Leute, ich... Ich hab da kein gutes Gefühl. Aber gar keins. Hier ist aber kein Fernseher drin. Hier gibt's kein Fernseher. Müssen wir jetzt wieder runter? Äh. Boah. Jesus. Hör auf. Ja, ich glaub, ich krieg's auch gleich hier an die Waffel. Was leuchtet denn da unten? Leck mich doch am Arsch, ja. Gesteppert, oder was? Wenn ich rennen könnte, ich würd abhauen hier. Boah. Leck die Katze am Arsch, ja. Montagellamme wieder ab und gehen runter. Bauen wir mal die Tür um. Ich weiß, was wir ändern. Der Fernseher ist ab. Leute. Hier stimmt aber böse was nicht. Nein, er ist an. Nein, ich weiß, was wir ändern. Waaat? Was war das? End demo. Thanks for playing. Wow. Ready? Das war Conformity. Conformity. Boah. Da, da, da möchte ich so, sowas von die Full Version spielen. Wow. What a great demo. Big thanks to the developer. Nice. Very nice. Cool. Vor allem grafisch geil. Mit der Unity Engine. Super gemacht. Super gemacht. Coole crazy Atmosphäre. Warte mal. Ich, 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 da, ich, da. Ich start mal die Spiele ein. Wenn ich doch nur könnte. Kann ich aber nicht. Grafisch, mega geil. Atmosphäre, mega geil. Stimmung. Super klasse. Also mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch für zu sehen. Wird mich freuen, wenn ihr wieder einstellt. Werdet doch dieses Video. Schreibt in den Kommentar, was ihr davon handelt. Also, ich bin geplädet. Great job, my friend. Und was ihr noch keine Ahnung habt, einfach nur aufs Köpfen drücken. Pöst den Headbutton. Subscribe. Mein Channel. Also, genieß das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Fachhaute. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö. Tschö. Und wieder. Euer Rostik. Bye, bye.